Du wirst auch nach dem Abitur eine gesunde und produktive Routine beibehalten, dann erkläre ich dir jetzt, wie das funktioniert. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und heute sprechen wir über die Routinen nach dem Abitur. Wenn das Abitur erstmal vorbei ist, dann hat man ja gigantische, gigantische Mengen an Zeit, weil du warst davor immer gewohnt, okay, lernt und jetzt wieder Prüfungen und davor auch immer Schule und keine Ahnung, 37 Stunden aus der Woche waren schon mit der Schule besetzt, wenn ich 50, 60 mit lerne noch und auf einmal stehst du vor so einem Ozean an Stunden und hast keine Ahnung, was du damit machen sollst. Also du hast vielleicht ein paar Pläne und Ideen, die du machen willst, aber es ist erstmal so komplett überfordernd. Und da ist natürlich das Entscheidende, dass man sich eine Routine kreiert, weil es ist einfach eine Riesenmöglichkeit, nach dem Abitur diese ganze Zeit richtig gut zu nutzen, um in sein Leben möglichst gut rein zu starten, aber genauso kann es einfach passieren, dass wenn du das nicht machst, dass diese Zeit so viel schneller rumgeht. Ich sage es euch, wenn man da nicht aufpasst, dann chillt man mal ein bisschen auf einmal, sind drei Monate rum und denkst dir, wow, like what the fuck happened. Und damit genau das nicht passiert, besprechen wir heute, wie du in drei Schritten deine ideale Routine nach dem Abitur aufbauen kannst. Im ersten Schritt ist es mal sehr, sehr wichtig, dass du dir überlegst, was ist mir für die nächste Lebensphase wichtig. Ich spreche ganz bewusst nur von der nächsten Lebensphase, es geht nicht darum, was du in drei Jahren machen willst, in fünf Jahren, in einem Jahr, vollkommen egal, sondern das Entscheidende ist, dass du dir erstmal überlegst, was ist für meine nächste Lebensphase wichtig. Was deine nächste Lebensphase ist, kann unterschiedlich sein, wenn du beispielsweise im Oktober anfängst zu studieren, dann würde ich sagen, es ist bis dahin deine nächste Lebensphase. Und dann, wenn ein Studium wiederkommt, ist es wieder so ein großer Batzen, dass es dein Leben einfach wieder stark verändert und dann gilt es wieder, sich neu zu orientieren. Oder wenn du ab, was weiß ich, August zu reisen anfängst, dann ist bis dahin dein nächster Lebensabschnitt. Das heißt, dein nächster Lebensabschnitt, deine nächste Lebensphase geht sozusagen so lange, bis wieder irgendeine große Sache passiert. Und jetzt geht es einfach darum, eine Routine für eben genau diese Lebensphase aufzubauen, damit du da einfach bis diese große Sache, ein Studium, Reise, whatever, eintritt, dass du bis dahin auch produktiv bleibst und auch trotzdem was weiterhin aus deinem Leben machst, auch wenn du vielleicht keine konkrete Sache hast, in der du so festhältst oder keinen gewohnten Schedule, du hast halt keinen gewohnten Zeitplan. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir selbst einen Zeitplan kreierst, damit du eben in einer sinnvollen, effektiven Weise weiterhin dein Leben führst. Und da empfehle ich euch am Anfang, sich erstmal zu überlegen, was ist mir für diese Lebensphase wichtig. Das heißt, dass du die Lebensphase definierst, dann ist es wichtig, was ist mir da wichtig. In der Regel ist es zum allerersten Mal mal ein großes Projekt. Das ist so eine Sache, die man meistens irgendwie immer hat. Das kann sein, dass du dir dein Studium aussuchen willst. Das kann sein, dass du eben bis die Reise losgeht, du deine Reise organisieren willst oder vielleicht arbeiten willst, um Geld zu verdienen. Das kann sein, bis du in eine andere Stadt ziehst, dass du da eben den Auszug planen willst. Das heißt, irgendeine große Sache, da gibt es meistens irgendwas immer, auf die du deinen Fokus legen willst. Deswegen, das eine große Projekt würde ich mir überlegen, kann auch manchmal zwei Sachen sein oder so. Kann beispielsweise auch eine Selbstständigkeit sein oder du wirst einen YouTube-Channel starten oder sonst irgendwas. Das würde ich mir klar machen, ist quasi die Sache, die so am wichtigsten ist und auch die meiste Zeit einnimmt und auch so einen fortlaufenden Prozess hat, das heißt so einen Wachstumsfaktor hat. Die Sache würde ich mir erstmal klar festsetzen. Und dann kommt dazu Dinge, die dir wichtig sind in Sachen Lebensbereichen. Das sind meistens Soziales, also Familie, Freunde, vielleicht deine Beziehung, wenn du eine hast. Das ist wahrscheinlich Sport und vielleicht auch irgendein anderes Hobby, was du hast. Das sind dann meistens so die drei, vier Lebensbereiche, auf die du deinen Fokus legen möchtest. Und ich empfehle euch auch, da maximal drei bis vier Lebensbereiche zu haben. Natürlich hat man eigentlich noch mehr, aber es kreiert einfach einen klaren Fokus. Du hast ein großes Hauptprojekt, du hast Sport, du hast Soziales und vielleicht noch ein Hobby oder was anderes, was dir wichtig ist. Und dann kannst du dich einfach nur auf diese vier Dinge fokussieren, weil unser Kopf ist einfach so stark von Fokus geleitet. Das heißt, auf die Dinge, die dich konzentrierst, die wirst du sehr, sehr gut machen. Alle anderen Dinge werden einfach wegfallen. So funktionieren wir Menschen einfach und wenn du dann acht oder neun oder zehn Sachen hast, die dir wichtig sind, dann wirst du dich einfach komplett verlieren. Deswegen fokussiere dich auf die Bereiche, setz die klar fest, weil dann können wir jetzt im zweiten Schritt auch damit arbeiten. Denn im zweiten Schritt geht es eben um diesen Zeitplan, der dir weder von der Schule noch von dem Studium noch von der Reise oder sonst irgendwas vorgegeben wird. Sondern du schwebst ja im Prinzip so in deiner Zeit. Es ist einfach, okay, was ich jetzt mache, ist eigentlich egal. Das hängt vollkommen an mir. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir selbst einen gewissen Zeitrahmen gibst, an dem du dich orientieren kannst. Und dieser Zeitrahmen beginnt in meinen Augen immer mit dem Schlafrhythmus. Das heißt, überleg dir, das ist ja das Geile, du kannst es vollkommen frei definieren. Mach es einfach nur so, dass es für dich gut ist. Das bedeutet, es fängt mit dem Schlafrhythmus an. Wann möchtest du aufstehen? Wann möchtest du schlafen gehen? Da wieder darauf achten, je früher ich aufstehe, desto produktiver bin ich meistens. Je mehr, nicht je mehr ich schlafe, aber je genauer ich meine Zeit treffe, die ich an Schlaf brauche, umso besser. Das heißt, du schläfst wieder zu wenig, noch schläfst du zu viel. Bei mir sind es beispielsweise ziemlich genau 8 Stunden, wo ich weiß, ich schlafe jeden Tag eigentlich von 10 bis um 6. Weiß ich einfach, okay, das ist einfach am besten so. Das ist einfach am besten so, ich habe genau den perfekten Schlaf. Und gleichzeitig aber auch an alle Produktivitätsjunkies jetzt, die jetzt sagen, ich stehe jetzt um 3 oder um 4 auf, habe ich auch schon mitgemacht. Kannst du auch gerne machen, wenn du wirklich krass durchziehen willst für eine Selbstständigkeit oder ein Business oder ein YouTube-Channel oder irgendwas anderes. Kann es auch mal mega sinnvoll sein. Der Punkt ist nur der, wenn du dann noch deine ausreichende Anzahl an Schlafstunden haben willst, musst du meistens relativ früh ins Bett gehen, was dann bedeutet, dass du abends nicht mehr so viel mit Freunden machen kannst oder weggehen kannst und so weiter. Wogegen man sich auch einfach entscheiden kann. Habe ich phasenweise auch gemacht. Nur, dass man das halt einfach im Kopf behält. Das nur, weil du sagst, ich gehe jetzt jeden Abend um 7 schlafen. Dass das halt dann bedeutet, dass du bei vielen Dingen, die abends stattfinden, vielleicht entweder nicht lang bleiben kannst oder erst gar nicht hinkommen kannst. Und das ist vielleicht, wenn man es möchte, ein bisschen uncool. Wenn du dann deinen Schlafrhythmus festgelegt hast, würde ich auch Essenszeiten definieren. Das heißt, du sagst, okay, wenn ich da aufstehe, dann frühstücke ich entweder direkt oder eine Stunde später oder wie auch immer dir das lieb ist. Da esse ich ungefähr Mittag. Vielleicht ist ja in deiner Familie auch noch einfach Routinen, um welche Uhrzeit das ist. Vielleicht mal deine Eltern aus der Arbeit reinkommen und so weiter. Und abends würde ich im Prinzip auch definieren, kannst du auch weglassen. Je nachdem, wie du es halt möchtest. Du musst dir nicht alles auch so voll zuklatschen mit strikten Zeiten. Aber es hilft halt einfach, um sich daran zu orientieren. Deswegen, es geht nur um die Orientierung. Deswegen, mach es so, wie es für dich als Orientierung gut ist. Weil dann hast du schon mal, du hast deinen Schlaf. Du hast deine Essenszeiten. Und dann würde ich da beispielsweise noch eine feste Sportzeit, einen festen Sportplan für die Woche erstellen. Und wo du dann auch sagst, okay, von da bis da gehe ich hin zu stimmen. Von da gehe ich laufen. Von da gehe ich reiten. Da gehe ich, keine Ahnung, Badminton spielen. Keine Ahnung, was ich alle mache. Gibt es ja 100.000 Dinge. Und wenn du das dann hast, dann hast du im Prinzip deinen Schlaf. Du hast deinen Schlaf, das ist erstmal so ein fetter Block. Dann hast du in deiner Wachzeit, wenn das deine Wachzeit ist, hast du da esse ich, da esse ich, da esse ich. Und da mache ich vielleicht immer noch Sport. Und das ist einfach schon mal ein Rahmen. Das heißt, du hast dann nicht mehr so auf einmal so 16 Stunden an einem Tag so komplett frei. Und dann hast du so, what the fuck so. Sondern es ist automatisch in kleinere Bereiche unterteilt. Du hast meistens den Vormittag zwischen Frühstück und Mittagessen. Du hast meistens den Nachmittag zwischen Mittagessen und Abendessen. Und da ist in der Mitte sogar nochmal meistens der Sport oder vielleicht am Vormittag der Sport. Und so hast du einfach schon einen viel krasseren Raum. Das sind immer nur so drei Stunden am Stück, die du mit irgendwas planen kannst. Und das macht es einfach viel leichter, mit dem Ganzen zu arbeiten. Und im dritten Schritt geht es dann eben darum, die weiteren Dinge in dieses Raster einzufügen. Das bedeutet beispielsweise vor allem eine Morgen- und eine Abendroutine. Die stützen auch nochmal das Raster sehr, sehr gut. Die hast du quasi dann nach dem Frühstück oder inklusive dem Frühstück direkt nach dem Aufstehen und vorm Schlafen gehen. Hast den Sport und dann hast du eben jetzt einfach diese zwei, drei, vier Stunden großen Fenster. Und da kannst du einfach genau die Dinge einfügen, die du davor noch definiert hast. Das heißt vielleicht ein anderes Hobby, was dir wichtig ist, das kannst du einfügen. Und vor allem das eine große Projekt, was du am Anfang festgelegt hast, das kannst du da auch sehr, sehr gut einfügen. Beispielsweise, wenn du sagst, du willst jetzt welchen YouTube-Channel starten oder so, dann kannst du ganz genau sagen, okay, ich arbeite jeden Vormittag an meinem YouTube-Channel und mache nachmittags frei oder so. Kannst du beispielsweise machen. Oder wenn du ein großes Projekt hast, eine Reise, die du planen willst, dein YouTube-Channel und ein Hobby, dann kannst du sagen, okay, ich arbeite immer vormittags an meinem YouTube-Channel, nachmittagessen organisiere ich immer ein bisschen meine Reise, danach gehe ich in den Sport und dann kann ich mich um mein Hobby noch kümmern und mich mit Freunden treffen. Das heißt, dass du einfach dir am Anfang, wenn wir die drei Schritte nochmal durchgehen, dass du dir am Anfang bewusst wirst, was ist mir wichtig. Nicht versuchen, irgendwelche Dinge zu planen, weil es ist ja, das ist ganz klar von Tony Robbins, von den Ergebnissen her zu arbeiten. Das heißt, ich überlege dir, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig und dann planst du das Ganze so in deinen Zeitplan ein, wie es Ganze Sinn macht. Aber auch da beim Planen, nicht einfach mal random alles in den Tag reinschmeißen, sondern erst mit Schlafrhythmus, mit Essenszeiten, mit Sport, mit Morgen-Abend-Routine und so weiter arbeiten, weil du dann dir eben die Raster setzt und dann kannst du eben die anderen Dinge, die dir noch wichtig sind, da sehr, sehr gezielt einsetzen und du erschaffst dir im Prinzip einfach so eine Struktur in diesen Ozean an Stunden, wodurch du dann garantiert produktiv und gesund weiterleben wirst und so, dass es einfach proaktiv für dich Sinn macht. Und dann hast du einfach die wichtigsten Dinge in deinem Leben fest in deinem Tag verankert und hast so eine richtig geile After-Abi-Routine. Genau, schreibt gerne eure Routinen in die Kommentare, würde mich mega interessieren, was ihr euch da so aufschreibt, vornimmt und vielleicht inspiriert es ja auch noch andere. Und ansonsten freue ich mich darauf, dass ihr euer Abi geschafft habt, bin sehr, sehr stolz auf euch. Gebt Gas weiter im Leben, the best is yet to come. Und ich glaube, wir sehen uns im nächsten Video, euer Lehrer. Damit hätten wir das Outtake dann auch schon mal drin. Outtake